Hallo, hier ist Ron Good. Wir sind eine multinationale Kooperation, die in der Katering und Hospitalitätsindustrie spezialisiert werden, mit über 15 Jahren Erfahrung. Für alle, die Ihre Restaurants brauchen, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt. Esszimmerdekoration wirkt sich auf den Appetit und die Stimmung des Essens. Wählen Sie eine Reihe von komfortablen, stilvollen Möbeln Dekoration, kann das Restaurant mehr angenehme Atmosphäre zu geben, sodass die Speisesaalstimmung schöner. Und gute Restaurantdekoration, kann nicht nur mehr Temperatur für das Leben, sondern auch in den Freunden zusammenkommen. Um die Eigentümer High-End-Geschmack zu zeigen, ist die folgende für jeden super praktisch drei Sätze von Esszimmer mit dem Programm empfohlen, um eine neue Mainstream-Heimdekoration zu schaffen. Option 1. Multifunktionale Esszimmermöbel Für kleine oder mittelgroße Hausleben Oft hoffen, dass Zuhause Raum mehr geräumig sein kann. Dann multifunktionale Esstisch hat sich die erste Wahl der Esszimmermöbel. Das Esszimmer-Design-Schema weiterhin die Alf-D-A-F-R-E-Marke Stil der Einfachheit. Glatte Linien-Design Mehr im Einklang mit modernen Gewohnheiten Sieht natürlich und voller Mode Um eine freie und entspannte Esszimmerumgebung zu schaffen Der Esstisch ist mit Hochglanzlack gefertigt Modern und elegant 1,6 bis 2,1 Meter Auszugslänge ist frei einziehbar Eine einfache Bedienung von Ziehen und Schieben kann die Größe des Esstisches sehr frei ändern Die die Bedürfnisse der verschiedenen Leben erfüllen kann Zusammen mit den zarten und dynamischen Esszimmerstühlen Zeigt den eleganten Stil Option 2 Moderne und leichte Esszimmermöbel Die Esszimmermöbel in diesem Schema sind modern und leicht Mit Möbeln der italienischen Einrichtungsmarke TONIN Casa Esstische und Stühle sind in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich Um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden Der Esstisch zeichnet sich durch sein innovatives 180 Grad Beinklappdesign aus Das je nach Raumumgebung und Vorliebe beliebig angepasst werden kann Durch M-förmige Beine zum einfachen Abstellen von Esszimmerstühlen Durch W-förmige Beine für Neuartigkeit und Avantgarde Durch Esszimmerstuhl Rückenlehnen mit gestepptem Design für bequemes Sitzen und durch Metallbeine mit leichtem Glanz für eine leichte und moderne Ausstrahlung Option 3 Große Esszimmermöbel Dieses Schema von Esszimmermöbeln ist eher für größere Räume geeignet Und das elegante Design des Esstisches und der Stühle verleiht dem gesamten Essbereich ein eleganteres Gefühl Der leichte und schlichte Esstisch aus weißem Kararamarmor ist mit einer Drehplatte aus demselben Material erhältlich Das asymmetrische Design des Fußes aus vollmassivem Marmor und goldenem Edelstahl verleiht dem gesamten Tisch einen einzigartigen Geschmack und zeigt die Eleganz der Kombination von eleganten architektonischen Formen mit einer minimalistischen Linienästhetik Der Esstisch ist außer in Marmor auch in Edelstahl und Faserplatte erhältlich Die Esszimmerstühle sind mit Chanel-inspirierten Stoffen gepolstert Die Untergestelle aus Massivholz und die Armlehnen sind mit exquisiten Stoffen bezogen und sorgen für einen stilvollen Look If you are interested in our videos, remember to follow us Ron Good, more than 4,500 restaurants choice We will keep surprising you See you